Gegenkopplung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Operationsverstärkern. Wird beim Operationsverstärker der Ausgang wieder mit dem Eingang verbunden, spricht man von einer Rückkopplung. Wird speziell auf den Minuseingang, also auf den invertierenden Eingang rückgekoppelt, spricht man von einer Gegenkopplung. Im hier gezeigten Bild ist die Gegenkopplung rot markiert. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.